Norddeutscher Rundfunk 2021 Grüezi miteinander. Ich bin noch im Moment auf der La Siala West unterwegs. Bei mir sind noch viele Pistemaschinen gefahren. Das sind die Männer, die den ganzen Winter die Piste hergebracht haben. Mit dem wenigen Schnee. Auch heute sind sie mal unterwegs, wie es noch aussieht. Wie habt ihr den Winter erlebt? Viel Spass gehabt. Gut gewesen. Es war ein schöner Winter, wenig Schnee. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Jetzt sind wir die Tage am Geniessen. Ich glaube, das ist der Grund, zum nächsten Mal wieder zu kommen. Im nächsten Mal gibt es sicher mehr Schnee. Das ist ziemlich klar. Wir haben noch wunderbares Wetter. Und in Alpenagens ist noch grosse Schlagerparade. Die, die nicht Lust haben, wünsche ich jetzt schon viel Spass. Und sonst ein schönes Weekend an dir miteinander. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.